In diesem Video zeige ich meine liebsten Gutenberg-Hacks. Damit kannst du schneller, besser, einfacher, ja, einfach Level-2-Bloggen. Kurzer Hinweis, das Video ist Teil einer Serie, es lohnt sich also auf jeden Fall auch die anderen Videos anzuschauen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, das ist ein Blogartikel, den ich eingestellt habe. Und ich starte direkt mit meinem ersten Gutenberg-Hack. Du kannst diese Werkzeugleiste hier oben fixieren, dass die immer an derselben Stelle ist, sodass das nicht über dem anderen Text ist. Das ist manchmal ganz hilfreich. Hier geht das, hier oben auf den drei Punkten kannst du die obere Werkzeugleiste hier fixieren. Dann ist die fest und ist aus dem Weg und du siehst immer deinen ganzen Text. Und wenn dir das hier viel zu viel ist und du völlig die Krise kriegst, kannst du hier nochmal Blöcke reduzieren und zwar die, die du nicht brauchst. Ich zeige mal, wie es geht. Auf Einstellungen, hier ganz unten in den Voreinstellungen, kannst du bei den Blöcken zum Beispiel alles ausstellen, was du nicht nutzt. Audio nutzt du zum Beispiel nicht, Video nutzt du nicht, weil du wirst nichts in deine Mediathek hochladen. Du wirst immer was einbetten, den Seitenumbruch rausnehmen. Du kannst zum Beispiel die ganzen Widgets rausnehmen, wenn du die nicht nutzt. Du kannst die Theme-Geschichten rausnehmen, wenn du nicht mit einem Full-Side-Editing-Theme arbeitest. Und so kannst du alles, was du nicht brauchst, rausnehmen. Und wenn du später merkst, da war doch diese eine Sache, die ich immer nutze, weiß gar nicht, wo die jetzt sein soll, dann gehst du einfach hier wieder rein und packst sie wieder zurück. Eines meiner liebsten Features sind wiederverwendbare Blöcke. Also wenn ich das hier mal anklicke, dann habe ich hier ja einen Absatz und den könnte ich jetzt unter den Einstellungen dafür als wiederverwendbaren Block festlegen. Das mache ich mal und gebe dem direkt einen Namen, nämlich Warnhinweis. Das musst du jetzt so benennen, dass es für dich später wieder Sinn macht, weil man kann die immer und immer wieder einfügen. Zum Beispiel Warnhinweis DSGVO speichern wir. Sowas lohnt sich zum Beispiel auch total, wenn du so Werbeblöcke hast, habe ich erstellt für meine wichtigsten Produkte. Ich habe einen Block für das Buch, ich habe einen Block für das Style-Sheet. Hier haben wir einen komplett neuen Blockartikel und da können wir unseren wiederverwendbaren Block, also unseren Warnhinweis wieder einfügen. Gehen wir hier auf Block und dann siehst du hier schon das Zeichen für die wiederverwendbaren Blöcke. Und da ist tatsächlich jetzt nur einer drin. Haben wir also gar nicht viele Möglichkeiten da auszuwählen. Den packen wir da rein. Jetzt haben wir hier den wiederverwendbaren Block. Achtung, kurzer Hinweis. Wie bei den globalen Elementen im Elementor ist es hier bei den wiederverwendbaren Blöcken folgendermaßen. Wenn ich diesen Block ändere, also entweder hier direkt im Text, also wenn ich den hier jetzt geändert habe und dann kann ich den Entwurf speichern oder ich kann den Blockartikel planen und dann kriege ich hier einen Hinweis, dass ich den wiederverwendbaren Block genutzt habe. Folgende Änderungen wurden an deiner Webseite deinen Templates und deinen Inhalten vorgenommen. Also da steht, kriege ich jetzt hier schon eine Warnung. Ich habe daran was verändert und das rollt sich jetzt auf die ganze Seite aus. Also wenn ich das jetzt ändere, ist das in allen meinen Warnhinweis-Infokästen geändert. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Fluch, man muss da sein Hirn zusammennehmen, weil wenn man da irgendwas ändert, ist das überall geändert und das hat man vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm, wo diese wiederverwendbaren Blöcke überall schon angewendet wurden, Segen, wenn sich zum Beispiel das Cover von meinem Buch ändert, wenn sich da der Preis ändert, wenn sich da irgendwas ändert, kann ich das einmal ändern und alle Infoboxen, also überall, wo ich für mein Buch geworben habe in meinem Blog oder für mein Style Sheet, sind angepasst. Das ist ein Game Changer. Damit kann ich einfach schnell und sauber arbeiten. Das kann ich auch für solche Designblöcke wie einen Abstand oder wenn ich nach einem Bild zum Beispiel immer einen Trenner machen will. Also hier nehmen wir mal keinen Abstand, sondern so einen Trenner. Nehmen wir den Abstand raus, Abstandshalter entfernen. Nach jedem Bild soll immer ein Trenner sein. Der soll eine breite Linie sein. Die Farbe soll immer in diesem wunderschönen Grün sein. Und es soll unten, müssen wir mal hier einstellen, es soll unten noch ein größerer Abstand sein, dass es klar ist, dass es hier oben dazugehört und dass hier was Neues anfängt. Dann könnten wir diesen Trenner, so wie er ist, diesen Trenner als wiederverwendbaren Blog erstellen. Dann schreiben wir hier hin, Trenner nach Bild oder nach Absatz. Zack. Und können dieses Stilelement jetzt nach jedem Absatz, also immer wenn so ein neuer H2-Abschnitt anfängt, können wir das immer einfügen. Und wenn wir das irgendwann nicht mehr in Grün haben wollen, sondern wenn wir das komplett ändern wollen, dann können wir es nochmal ändern. Und zwar entweder direkt hier, dann wird das überall geändert, wenn wir es speichern. Oder wenn wir hier auf die wiederverwendbaren Blöcke gehen, hier wiederverwendbare Blöcke verwalten, mache ich mal in einem neuen Tab auf. Da sieht man jetzt schon, ich habe den Warnhinweis, ich habe den Trenner, kann das beides bearbeiten. Mega cooles Feature, liebe ich. Einen Hack habe ich noch. Wenn man das hier bis hier unten markiert, kann man das gruppieren. Dann ist das wirklich eine Gruppe und ich kann das als Gruppe hoch- oder runterschieben. Ich kann das aber auch als Gruppe entfernen. Ich kann das aber auch als Gruppe kopieren. Und das ist wirklich jetzt nochmal eine Sache, dann kann ich diesen kompletten Absatz zum Beispiel auch hier einfach mit STRG-V in einen neuen Blogartikel reinkopieren. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen, wenn ihr immer dieselben Texte hin und her kopiert oder immer dieselben Abschnitte hin und her kopiert, habt ihr ja Double Content. Das merkt Google auch, dass ihr gar nichts Neues schreibt, sondern euch im Prinzip bis zur Unendlichkeit und viel weiter wiederholt. Aber wenn man ein bestimmtes Layout immer und immer wieder benutzen will, also zum Beispiel, wenn man jetzt hier schreiben möchte, nicht nur, was ist der Gutenberg-Editor, sondern was ist der Elementor-Page-Bilder im Vergleich zu Gutenberg. Jetzt müsste ich hier nur noch den Text ändern, hätte hier schon so einen Hinweiskasten. Im Vergleich zu WP Bakery, im Vergleich zu Divi. So kann ich mit einer einfachen Vorlage ein anderes Tool vorstellen, meinen Text anpassen, habe aber alles schon fix und fertig formatiert, neues Bild rein und ein Fazit geschrieben. Wunderbar. Ich kann auch den kompletten Beitrag kopieren. Also wenn ich hier auf die drei Kästchen gehe, kann ich alle Blöcke kopieren und kann somit ganz, ganz einfach einen Blogartikel komplett kopieren. Das mache ich ganz oft für die Tool-Tests. Da habe ich mir einmal eine Vorlage erstellt, die habe ich als Entwurf abgespeichert und ich kopiere diese Vorlage und fülle die dann für jedes neue Tool mit Leben. Auch das habe ich einmal auf dem Style-Sheet. Ich zeige euch das mal. Wie so ein Tool-Test aussieht, wie die einzelnen Info-Kästen dort aussehen sollen, das habe ich hier einmal auf meinem Style-Sheet festgelegt. Da habe ich einfach eine Zusatzseite erstellt und habe das einmal da reingetragen und kann es immer wieder nachlesen. Dann kopiere ich das da rein, mache einen Tool-Test nach dem anderen und habe wirklich da eine krasse Zeitersparnis. Also das nutze ich auch super gerne. Das waren die Hacks, die ich im Gutenberg immer und immer wieder nutze. Vielleicht hast du ja auch Tipps oder Tricks, die du teilen willst, dann schreib es mal in die Kommentare. Und wie gesagt, es ist eine Videoserie. Es lohnt sich total, auch die anderen Videos nochmal anzugucken. Und mein Hinweis nochmal, es handelt sich hier um eine Videoserie. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch die anderen Videos aus der Serie anzuschauen. Ich erstelle die Blogs übrigens am liebsten mit der Pro-Version vom Elementor. Das ist mein absolut liebster Page-Bilder und mit einem Preis von, also im Moment sind es 59 Dollar im Jahr, ist das ein absolutes Schnäppchen. Spätestens, wenn du einen Blog erstellen willst, dann brauchst du hier den Theme-Bilder und der ist nur in der Pro-Version dabei. Findest du unter teamstreber.de affiliate-elementor. Und da brauchst du wirklich nur den Page-Bilder, kein Hosting buchen. Wenn du ernsthaft bloggen willst, kannst du dir gerne meinen Blog-Artikel zum Thema anschauen. Da findest du, wie du hier siehst, jede Menge Informationen und auch noch andere Anleitungen zum Thema. Und wenn dir meine Art zu erklären gefallen hat und du noch Hilfe bei der Umsetzung brauchst, dann schau dir doch mal hier im Shop die Strategie-Session an. Da kannst du dir für 250 Euro 90 Minuten meiner Zeit buchen. Und da schauen wir uns deinen Blog ganz in Ruhe zusammen an und ziehen das dann auch mal ganz schnell glatt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.